Du selbst kannst es nicht sehen. Deine Augen sind blind dafür, obwohl dich jeder deiner Blicke verrät. Wovon redest du? Von dem, was in dir steckt. Und was soll das sein? Etwas Besonderes, Seltenes, Atemberaubendes. Na, dann wär's aber der erste Mensch, dem das auffällt. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch.